Ist School ein Shiny Object oder wirklich ein Game Changer? Genau darum soll es in diesem Video gehen. Ich werde dir einmal zeigen, wie gut ist dieser Mega-Hype School denn eigentlich wirklich? Lohnt es sich, darauf aufzuspringen? Oder ist das auch wieder so eine Sau, die durchs Dorf getrieben wird, auf die man eigentlich verzichten kann? Mein Name ist René Schoppe, mir gehört die Agentur Ultima und wir sind Experten für das Thema automatisiertes Marketing. Und wir nutzen natürlich viel KI, viele Tools, viel Software. Und genau deswegen möchte ich einmal heute in diesem Video meine persönliche Meinung zu dem Thema School abgeben. Es wird aber nicht nur eine gefärbte Meinung vom René. Nein, ich werde dir natürlich auch ein paar Features zeigen, was ist gut, was ist schlecht und werde einmal genau den Vergleich machen. Dafür nehme ich dich jetzt einmal mit auf meinen Monitor. So, hierfür habe ich nämlich eine kleine Übersicht gemacht, eine kleine Mindmap. Die allererste Frage, was ist School denn eigentlich wirklich? Gehört haben es vielleicht schon viele, gerade im Marketing-Kontext. Aber um es mal hier ganz einfach zu machen, es ist eine sogenannte Online-Community-Plattform. Was heißt das? Du kannst dort Beiträge erstellen. Also Menschen können sich untereinander vernetzen, Menschen können auf andere Beiträge reagieren. So ein bisschen wie bei Facebook, Instagram, LinkedIn. Du kannst dort Content konsumieren und zwar nicht nur so in einer Story-Timeline wie bei Facebook, sondern richtig Online-Kurse, Webinare, Online-Events, Kongresse und so weiter. Und hier gibt es das Thema Selbstbestätigung, also den eigenen Status heben. Es gibt nämlich ein eigenes Ranking für jeden User. Jeder User wird bewertet anhand von dem, wie aktiv er ist. Also wie häufig kommentierst du Dinge, wie viele Beiträge machst du, wie viel Content konsumierst du. Je nachdem steigst du im Level und dann gibt es ein Leaderboard und da bist du dann zu sehen. Das heißt, wir haben hier einen Wettbewerb über Gamification. Und das ist schon ein ganz heißer Ansatz. Mein Fazit erstmal hier, es ist im Prinzip wie so ein altertümliches Forum plus Social Media plus Online-Kurs plus Bezahlsystem. Damit hast du alles in einer Plattform natürlich auf einem modernen Look-and-Feel-State-of-the-Art logisch. Aber woher kommt eigentlich dieser Hype um genau diese Plattform jetzt? Und hier müssen wir einmal wissen, wer steht denn dahinter? Also wir haben einmal Sam Owens. Sam Owens ist eines der Marketing-Genies überhaupt. Lohnt sich immer, sich mit ihm zu beschäftigen. Und Sam Owens hat ursprünglich die Plattform, ich glaube, Consulting.org oder .com gehabt. Und hat natürlich viel Erfahrung mit dem Thema Community und hat jetzt gesagt, okay, wir brauchen was Neues. Also jetzt vor einiger Zeit. Wichtig hier auch, Alex Hormosi ist als Investor hiermit eingestiegen. Das war für die ganze Branche natürlich so ein Wachrüttler. Denn Alex Hormosi ist das nächste Schwergewicht in der Online-Marketing-Szene. Und hat natürlich mit seinem Acquisition.com auch eine Marke geschaffen, mit seinen Büchern, die er geschrieben hat. Auch ein Wahnsinnszeitgeist. Und dann denkt man natürlich, wenn Alex Hormosi jetzt auch noch da rein investiert, dann muss das doch das nächste große Ding sein. Oder? Tja, und dann gibt es natürlich auch immer die nächste Sau, die durch draufgetrieben wird. Wie ich schon sagte, es gibt so viele Trends. Und wenn man ein bisschen länger im Markt ist, dann hat man so viele Dinge schon erlebt. Ich will nur mal einen kurzen Rückblick geben. Clubhouse. Haha. Wer redet heute noch drüber? Keiner mehr. Chatbots war eine Zeit lang der Hype. Alle mussten Chatbots haben. Und dann hat es sich vor allem in den asiatischen Ländern durchgesetzt, im englischsprachigen so lala, im deutschsprachigen kaum. Mittlerweile. Also das Thema kam auf um 2014, würde ich jetzt mal sagen. Da war das der große Hype. Aber jetzt fängt es an eigentlich so technisch. Also klar funktioniert es schon länger, aber jetzt wird es interessanter, da auch KI mit dazu kommt. Und jetzt lebt das Thema wieder ein bisschen neu auf. Aber hat es sich so durchgesetzt, wie erwartet. Auf gar keinen Fall. Wurde hier viel, viel heißer gekocht, als es dann am Ende gegessen wurde. Oder auch das Thema QR-Code. Vielleicht sagst du jetzt, warte mal, QR-Codes gibt es doch überall omnipräsent. Ja, jetzt. Das Thema kam, ich glaube 2010 war es. Also ich kann mich daran erinnern, 2010 war, alles muss mit QR-Code gemacht werden. Und damals gab es zwar auch schon iPhones, aber es gab halt, also du musstest dir so eine QR-Code-Scan-App runterladen. Da habe ich schon damals gedacht, das wird doch kein Mensch machen. Auf einmal gab es Plakate in der Stadt mit QR-Codes drauf und die Leute standen davon und wussten nicht, was sie machen sollen. Meine Wahrnehmung, seitdem die Telefone keine eigene App mehr brauchen und spätestens mit Corona, wo wir alles mit QR-Codes machen mussten, also die breite Masse es machen musste, seitdem sind QR-Codes wirklich angekommen im Markt. Kam es zu dem Zeitpunkt, wo es angekündigt wurde? Nein, etwa acht bis zehn Jahre später. Also man muss nicht jeden Trend, nur weil er jetzt gerade da ist, heißt es nicht, dass jeder Trend auch jetzt wirklich genau dahin kommt, wo er am Ende landen sollte oder wo alle ihn sehen. Also manchmal kommen Dinge deutlich versetzt. Und eine Sache möchte ich hier gleich mal anmerken. Man könnte es als ein bisschen Kritik verstehen, aber ich möchte dir einmal diese Sichtweise heute mitgeben. Es gibt 40% Affiliate-Provision. 40% Affiliate-Provision ist eine Hausnummer. Es gibt ganz wenige Softwareanbieter, die da drüber liegen. Mir würde jetzt nicht mal jemand einfallen, ehrlicherweise. Also 40% Affiliate-Provision ist auf jeden Fall im absolut oberen Fünftel der Affiliate-Provision für ein Produkt dieser Art und Geschaffenheit. Was bedeutet das? Nun, wir haben in Deutschland und natürlich auch weltweit ja sehr viele Menschen, die mit Online-Marketing Geld verdienen. Also die verdienen nicht, weil sie mit Online-Marketing Kunden generieren, mit denen sie dann Geld verdienen, sondern die verdienen Geld mit Online-Marketing. Das heißt, die haben gar keine Kunden im herkömmlichen Sinne, sondern die machen Affiliate-Marketing im Großen und Ganzen. Die leben also davon, dass du im Internet nach Dingen recherchierst, deren Seite findest, deren Beitrag findest, denen bei Social Media folgst und dann auf deren Link klickst. Und die verdienen dann damit Geld, weil du die Software über deren Link buchst. Tut niemandem weh, weil du bezahlst genau das Gleiche. Also für dich persönlich hat das nie einen Nachteil, muss man mal so dazu sagen. Alle Seiten, die du so kennst, wo Produkte verglichen werden von Staubsaugern über Luftfritteusen über 3D-Drucker. Alle Seiten, die diese ganzen Vergleiche machen und dann am Ende immer Amazon verlinken. Überraschung, Affiliate-Seiten. Wenn ein Produkt wie das hier mit genau dieser Historie, Sam Owens, Alex Homosi, dann noch 40% Affiliate-Provision ausschüttet, dann darf man damit rechnen, dass es einfach sehr viele, sehr gute Beiträge zu dem Thema gibt, die natürlich dazu führen, dass man sehr schnell das Gefühl bekommt, es ist die Universallösung. Aber ist es das wirklich? Das werden wir gleich klären. Grundsätzlich, was sind denn eigentlich die Kernfeatures von School? Wir haben als allererstes, also es gibt 5 Kernfeatures, über die ich jetzt mal ganz kurz reden will. Es gibt grundsätzlich das Thema Community. Das siehst du hier, ist so ein Community-Ausblick. Das heißt, du hast hier die ganzen Beiträge. Ich kann hier oben was posten. Erinnert so ein bisschen an irgendwelche Social-Media-Plattformen. Von der Optik her erinnert es mich ein bisschen an StudiVZ, aber okay. Ich kann jetzt hier also was reinschreiben. So, das hat hier einen Forum-Charakter. Es ist sehr übersichtlich. Es ist leicht zu verstehen. Und es ist nutzerfreundlich. Das kann man schon mal so sagen. Du hast hier die Glocke und so weiter. Es gibt die Online-Kurse. Also du hast einen richtigen Classroom-Bereich. Da drückst du drauf und hast hier die ganzen Online-Kurse. Du kannst auch suchen. Es gibt kostenfreie, kostenpflichtige. Es gibt welche, wo du einen Antrag stellst und dann wirst du erst reingelassen. Also hier gibt es unterschiedliche Formate. Alles nett. Das ist aber eins der wichtigsten Kern-Features, die ganzen Online-Kurse. Dann gibt es einen Kalender. Hier kann jederzeit, also wenn du irgendetwas abonnierst, werden hier Termine eingetragen. Die kannst du planen. Du kannst dir die anzeigen lassen. Du kannst an Webinars, Events, Calls teilnehmen. Du kannst deine Mitglieder, also deine Community per E-Mail erinnern. Und du hast hier so ein kleines Verwaltungssystem mit drin. Cool gemacht. Auch für den User einfach zu verstehen. Der Kalender. Und dann haben wir das Leaderboard. Ihr seht hier, ich bin Level 1. Wow! Ihr seht, also ich kann mich jetzt hier hocharbeiten. Und hier steht auch ganz genau, was musste ich denn eigentlich machen. Also wenn ich jetzt hier mehr machen möchte, dann müsste ich jetzt hier irgendwo mit anderen Mitgliedern chatten. Ich müsste Interview-Recordings mir angucken. Ich müsste mir jetzt hier bei einem Kanal was angucken und so weiter und so fort. Und dann steige ich im Level-System in eine Rangliste. Und das Ganze ist natürlich so ein bisschen dieses Status-Ding. Also Menschen haben diesen Gamification-Faktor und wollen dann unbedingt natürlich irgendwie im Level steigen. Macht ja Google My Business auch. Also du kannst ja bei Google Bewertung schreiben und hast dann dort auch ein Ranking-System. Das erstmal sind die Kernfeatures. Die Idee ist ja, dass du als Dienstleister, Berater, Coach, Trainer, vielleicht auch als Agentur oder als Experte der Wissen vermarktet, dass du jetzt sagst, okay, ich bewege mich weg von den fast schon klassischen Online-Kursen. Hin zu einer Community. Ich habe eine Community, die ich kontinuierlich mit Content befeuere und wo ich natürlich Dinge drin verkaufen kann. Und das sind meine Fans und die tauschen sich untereinander aus und dadurch wird alles einfacher und besser. Diese Idee ist alt. Nichts Neues. Muss es ja auch nicht sein. Es ist halt jetzt besser umgesetzt. Aber diese Idee ist exakt das Gleiche, was alle Gruppenformate in den sozialen Kanälen machen. Facebook-Gruppen, damals die Xing-Gruppen, LinkedIn-Gruppen. Bei allen Kanälen, wo es Gruppen gibt, ist genau das das Thema. Also nichts Neues. Halt nur noch mal ein bisschen nach oben gehoben in der Wichtigkeit. So, was sind die coolen Features, die es hier noch sonst so gibt? Du kannst Mitglieder einladen. Also du kannst direkt eine Liste hochladen und dann werden die per E-Mail angeschrieben. Du hast natürlich Zapier-Schnittstellen. Du hast ein integriertes Zahlungssystem. Ich mache hier gleich noch einen kleinen Ausflug. Du hast das ganze Kategorien. Kannst du kategorisieren deine ganzen Beiträge. Dadurch bleibt es übersichtlich. Du hast Plugins. Du kannst also hier noch deine Funktionalität in School erweitern, indem du neue Mitglieder eine private Nachricht automatisch schickst, Mitgliedern vor dem Eintritt Fragen stellst und so weiter. Und du hast natürlich Metriken. Das alles, also hier diese Plugins zum Mitgliederschicken und so, davon gibt es auch ganz viel anderes. Es gibt eine Sache, die finde ich persönlich ziemlich faszinierend. Und da komme ich gleich zu. Nämlich bei der Frage, was ist denn gut an School? Oder wo ist der große Unterschied? Und auf der einen Seite muss man sagen, es ist hier technisch schön umgesetzt. Klar, einfach. Es gibt eine App für Smartphone. Das heißt, du hast es dann auch am Handy oder am Tablet. Es ist aufgeräumt, übersichtlich. Insofern ein bisschen besser als Facebook. Facebook wird, wenn du eine Facebook-Gruppe hast, relativ schnell unübersichtlich, wenn da sehr viel Content drin ist. Deswegen neigen die Experten, die Facebook-Gruppen machen, dazu, dass sie dann mehrere Facebook-Gruppen haben und wo sie dann den Content unterschiedlich aufteilen. Wird dadurch natürlich auch nur bedingt besser. Für mich der größte Gag aller Zeiten, und probiert das gerne mal aus, macht euch mal einen kostenfreien Account bei School und meldet euch mal für Gruppen an. Das allererste, was passiert, ihr kriegt von allen E-Mails. Ah, E-Mail-Marketing steht als zentrales Element hinter School. Das heißt, in dem Moment, wo jemand deine Community abonniert oder in deine Community eintritt, in dem Moment kannst du E-Mail-Marketing machen. Wow. Also wieder genau das Kernthema. Das Ganze kostet 99 Euro im Monat, also für den Benutzer, also für den, der die Community erstellt. Ob dein Kurs, deine Community kostenfrei oder kostenpflichtig ist, entscheidest du. Von daher ist das ganz gut. Ich finde den Preis ehrlicherweise absolut fair und angemessen. Er ist ehrlicherweise auch genau da, wo der Markt so mit drin ist. Es gibt hier keine weiteren Kosten für irgendwelche Transaktionen oder ähnliches. Das heißt, tatsächlich 99 Euro setzit. Das finde ich persönlich gut. Also gut umgesetzt, kann man so machen. Was ist nicht so gut an School? Also man muss da mal kurz überlegen, wofür brauche ich das eigentlich? Wofür brauche ich School? Es gibt so Leute, die sagen, ja, ich will unabhängig sein von Facebook oder LinkedIn, weil ich habe meine Facebook-Gruppen, aber ich bin ja total abhängig von Facebook. Ja, dann bist du halt abhängig von School. Ist das besser oder schlechter? Welche Plattform hat mehr User? Welche Plattform wird es länger geben? Welche Plattform wird technisch stärker supported? Auf welcher Plattform gibt es höchstwahrscheinlich die klügeren Algorithmen? Auf welchen Plattformen gibt es mehr Werbemöglichkeiten? Auf welchen Plattformen werden mehr Daten von den Usern erhalten, sodass du als Werbetreibender damit arbeiten kannst? Hm. Also dieses Thema Unabhängigkeit ist für mich ehrlicherweise ein schwaches Argument. Es ist aktuell auch nur auf Englisch verfügbar. Gut, ist eine Frage der Zeit. Allerdings für den deutschen Markt, für den Endkunden wohlgemerkt, schwierig. Also ich weiß, dass es natürlich, also die meisten sprechen Englisch oder verstehen Englisch recht gut, aber die Frage, nutzen wir freiwillig jetzt schon eine englische Plattform, wenn es halt auch deutsche Alternativen gibt, ungern. Und das ist für mich ein Punkt, wo die wirklich auf die Bremse treten, weil es damit einfach nicht so massentauglich ist. Also wenn du jetzt ein, weiß ich, du bist begeistert in dem Bereich Schönheit und machst jetzt mit Kosmetik oder mit Schönheitsästhetischer Medizin etwas, dann hast du wahrscheinlich sehr viele Frauen als Kunden. Das ist so eine Natur der Sache. Und wollen die alle Englisch reden? Da wird es auch ältere Frauen geben, die ungerne Englisch reden oder vielleicht auch gar nicht so gut können. Das heißt, damit hast du schon mal so eine ganz natürliche Hürde, finde ich persönlich ziemlich schade. Und für mich, und ich sage das jetzt ganz krass, ist es eigentlich ganz typisch Bubble-Marketing. Was heißt das? Also es gibt so im Online-Marketing, habe ich ja schon erzählt, es gibt Online-Marketer, die leben davon, über Online-Marketing Geld zu verdienen. Gibt es einige, und ich sage nicht, dass das schlecht ist. Das ist ganz wichtig. Also ist nicht schlecht. Die haben teilweise geile Expertisen und können richtig gute Sachen. Aber sie selbst haben kein normales Business. Mit normal meine ich jetzt ein Business, was du und ich kennen, anfassen können und was halt so ein, ich sage mal, ein handfestes Ding ist. Also wo man jetzt sagt, okay, das ist halt, weiß ich, ein Industrieunternehmen oder ein Handwerksunternehmen oder eine Agentur oder eine Beratung, die nicht Online-Marketing berät, sondern irgendwas anderes oder ein Coaching, was nicht Online-Marketing coacht, sondern was anderes. So, das heißt, alle Unternehmen, die nicht Online-Marketing zum Selbstzweck machen, sondern als Vehikel, um ihr Unternehmen nach vorne zu bringen, für die laufen die Uhren anders. Und es gibt viele Online-Marketer, die das gar nicht auf dem Schirm haben. Die haben dieses Verständnis nicht, dass das, was die machen, um Kunden zu generieren, gar nicht für ihre Kunden funktioniert. Verkaufen es aber, als würde es für ihre Kunden funktionieren. Und das ist mein Kritikpunkt. Und das ist genau das, was ich meine mit Bubble-Marketing. Das heißt, die aktuellen Communities, die es gibt, sind gefüllt mit Online-Marketern, die von Online-Marketern etwas über Online-Marketing lernen. Und das ist ja grundsätzlich nicht schlecht, aber es wirft das Bild auf, dass das gar nicht für normale Businesses funktioniert. Und genau das ist auch das, was meine Vermutung ist. Solange wir mit einer Plattform hier nur auf Englisch arbeiten und solange sich dieses Thema in der breiten Masse nicht durchsetzt, wird es nicht für die breite Masse funktionieren. Auch hier gibt es jetzt schon Leute, die sechsstellige Umsätze mit School machen monatlich. Ja, die gibt es schon, nachweislich. Heißt also nicht, dass es nicht geht. Ich sage nur, es wird nicht für alle funktionieren. Also einfach mal, wenn man jetzt mal diesen Fakt nimmt, es gibt natürlich Unternehmen, die machen schon sechsstellige Umsätze, aber wen haben die als Kunden? Müsste man mal wieder schauen. Wie modern sind die unterwegs? Sind die nur national oder international unterwegs? Und der nächste Punkt ist die Frage, wie viele Unternehmen von denen gibt es? Und da würde ich jetzt mal sagen, vielleicht eine Handvoll, ein Dutzend. Lass es 100 sein. Wie viele Unternehmen gibt es, die mit Facebook-Marketing im Monat sechsstellige Umsätze fahren? Tausende, Zehntausende, Hunderttausende. Also dieser Vergleich von was will ich eigentlich mit, ist das das richtige Vehikel? Dem muss man einfach hier mal machen. Und deswegen finde ich persönlich, dass bei normalen Menschen, du kannst ja gerne einfach mal, frag deine Familie, frag alle deine Geschäftspartner, ob sie bei School einen Account haben. Frag das mal ganz genau so. Und dann wird es höchstwahrscheinlich 99,9% der Menschen geben, die sagen, was? School? Meinst du Schule? Da bin ich nicht mehr. Das heißt, das Thema ist bei der breiten Masse noch lange nicht so angekommen, wie es promotet wird. Also nur, weil du eine School-Community machst, nein, dein Business wird sich nicht sofort revolutionieren. Überraschung, komme ich gleich zu. Es gibt auch jetzt schon einige, die mit School wieder aufhören. Das heißt, die Plattform löst natürlich nicht alle Probleme und schon gar nicht automatisch. Aber es wird immer erzählt. Aber das ist Quatsch. Ob du jetzt School machst oder nicht und ob du damit erfolgreich bist oder nicht, hat nichts mit School zu tun. Wenn du mit einem Community-Format erfolgreich werden kannst, kannst du es mit jeder anderen Plattform auch. Dann kannst du es bei Facebook machen, dann kannst du es bei Mentor-Tools machen, bei Membado, bei allen anderen Plattformen und du wirst wahrscheinlich exakt das gleiche Ergebnis, wenn nicht vielleicht sogar bessere Ergebnisse generieren. Aber wenn du jetzt sagst, okay, ich habe eine Marketing-Zielgruppe, dann passt das natürlich. Übrigens auch hier zum Thema Engagement. 90% der User etwa sind im Level 1. Haben also noch gar nichts groß gemacht. So wie mein Account im Level 1 ist. Etwa 90% der User. Das heißt auch dieses Thema, wie viele sind aktiv, darf man jetzt nicht überbewerten. Umgekehrt muss man allerdings auch wissen, bei LinkedIn zum Beispiel machen glaube ich 3 oder 4% aller LinkedIn-User 99% des gesamten Contents aus. Also die Tatsache, dass User nicht in der breiten Masse aktiv sind, muss nichts Schlechtes heißen. Ich wollte es dir einfach nochmal gesagt haben. So, meine Kritikpunkte. Also, für mich persönlich haben wir hier typisches Bubble-Marketing. Also von Online-Marketern, die durch Online-Marketing leben, die dann sagen, anderen Online-Marketern, du musst jetzt mit School arbeiten und die einfach wieder das nächste Shiny-Object durch die Gegend tragen. Werden die damit Geld verdienen? Auf jeden Fall. Die verdienen immer damit Geld. Werden normale Unternehmen, die jetzt auf einmal School-Communities aufbauen, damit den großen Durchbruch machen? Ich zweifle da ernsthaft dran. Es ist auch nur etwas besser als vergleichbare Systeme. Also es gibt ja auch andere Anbieter. Es gibt deutsche Anbieter. Es gibt halt die großen sozialen Netzwerke, die sehr ähnliche Funktionalitäten haben oder teilweise identische Funktionalitäten, aber eine gigantische User-Basis. Und da muss man überlegen, was ist jetzt wirklich der ganz, ganz große Unterschied? Ja, es gibt ein paar Features, die sind cool, aber machen die jetzt alles aus? Machen die den Erfolg und Misserfolg aus? Meiner Meinung nach nicht. Ebenfalls kritisiere ich persönlich, dass dieses System, mit School, mit Communities zu arbeiten, die Notwendigkeit erzeugt, omnipräsent ständig aktiv sein zu müssen. Denn eine Community funktioniert nur, wenn kontinuierlich etwas passiert. Stell dir vor, du hast eine Community und einmal im Jahr passiert etwas oder einmal im Monat. Dann reden wir nicht von einer Community. Dann kannst du natürlich auch einmal im Monat ein Newsletter schreiben, einmal im Monat ein WhatsApp-Newsletter schreiben, einmal im Monat die Leute anrufen. Dann bist du mit den anderen Alternativen ehrlicherweise besser dran. Und wenn die User gar nicht interagieren, was ja erstmal die Natur der User ist, du musst sie also kontinuierlich anheizen, immer wieder neue Inhalte geben, dass die User interagieren, dann wird das ein unfassbar langweiliger Kanal. So, diese Notwendigkeit, selbst omnipräsent zu sein, finde ich persönlich schwierig. Das ist so diese Dauercontent, Dauercontent-Generierungsparalyse, so habe ich das jetzt hier mal getauft, finde ich persönlich schwierig, finde ich auch bei allen sozialen Netzwerken schwierig, wo der Content sehr schnell entwertet wird. Content-Entwertung heißt, du hast einen Content, den du generierst, du machst jetzt gerade einen tollen Post, ein tolles Video, tolles Reel, whatever, und postest das zum Beispiel bei Instagram. So, wie lange ist das bei Instagram oben? Ein Tag, zwei? Runden wir es mal ganz großzügig auf und sagen, eine Woche ist es oben. So, aber es ist halt nur eine Woche oben. Was danach? Danach ist es weg. Und danach wird sich kein Mensch das mehr angucken. Das heißt, du hast etwas generiert, was du innerhalb kürzester Zeit eigentlich alt ist. Du kannst aber auch nicht nächste Woche das Gleiche erneut bringen. Das heißt, du bist gezwungen, immer wieder nachzuliefern. Anders ist es zum Beispiel beim E-Mail-Marketing. Wenn du es richtig machst, wenn du E-Mail-Marketing richtig verstanden hast, dann weißt du, dass man mit E-Mail-Marketing Content einmal generiert und dann für immer nutzen kann. Solche Strategien zeige ich auch in anderen Videos. Werde ich dir an der Stelle hier auch gerne mal verlinken. So, für mich persönlich der größte Kritikpunkt, es wird eine falsche Erwartung geschürt. Nämlich von allen, die natürlich jetzt mit School selber das große Geschäft wittern, und anderen beibringen, School zu machen. Es ist ja deswegen nichts Schlechtes. Wie gesagt, es wird auch für Menschen funktionieren, aber für mich ist eine Sache, und das ist einfach nur wichtig, dass man das mal ganz klar ausspricht. School ersetzt kein gutes Angebot. Wenn du also ein Scheiß, Entschuldigung, Scheiß-Angebot hast, was bockenlangweilig ist, was einfach niemanden catcht, was keinen Mehrwert hat, keine große Erfolgswahrscheinlichkeit, keinen großen wahrgenommenen Wert, dann wird School nichts daran ändern. Also, ob du dann School hast oder nicht, das Angebot wird sich nach wie vor schlecht verkaufen. Du wirst nach wie vor sehr viel Marketing machen müssen, und sehr viel Vertrieb, um ein kleines Ergebnis zu generieren. School ersetzt ebenfalls kein Marketing, weil School muss bedient werden. School muss kontinuierlich bespielt werden, und du wirst höchstwahrscheinlich nur, weil du School hast, nicht mit Social Media aufhören. Das heißt, du bedienst noch eine Plattform mehr und auch noch das E-Mail-Marketing dahinter mehr. Und das E-Mail-Marketing kannst du natürlich auch selber machen. Also, ja, ersetzt erst mal gar nichts. School ersetzt ebenfalls kein Vertriebs-Know-how. Also, wenn du nicht verkaufen kannst, wird School das nicht wahnsinnig viel einfacher machen. School ersetzt ebenfalls nicht dein eigenes E-Mail-Marketing, weil du natürlich mit School nur E-Mails an Leute schreibst, die in School registriert sind. Also, wenn du einen eigenen Lead-Magneten hast, der separat läuft, musst du beides befeuern. Und meiner Meinung nach, kaum jemand kennt School. Jemand, der nicht aus der Bubble ist, kennt School nicht. Und das macht es natürlich immer schwieriger. Und das ist halt aktuell nur auf Englisch. Was sind denn die Alternativen? Also, wenn du jetzt sagst, das Thema Community ist trotzdem geil. Was sind die Alternativen zu School? Es gibt Membership-Systeme. Diese Membership-Systeme verfügen in der Regel auch über sehr viele ähnliche Funktionalitäten, wie zum Beispiel Leaderboards oder auch Kommentarfunktionen, wo du halt mit Mitgliedern chatten kannst. Diese können natürlich nicht dieses Untereinander-Netzwerken, aber zumindest gibt es hier Ähnlichkeiten. Es gibt auch jetzt schon bereits kombinierte Lösungen, die eigentlich eins zu eins so funktionieren wie School. Mit Communities, mit Mitgliederbereichen. Hier zum Beispiel das Mentor-Tools oder auch Membado. Es gibt auch jetzt schon einen Haufen Tools für Communities, wo du Content hochladen kannst und natürlich ihn auch ähnlich machen kannst, wo du auch mit einer Paywall arbeiten kannst, um zu sagen, okay, es gibt hier einen bezahlten Zugang für einen bestimmten Bereich und einen nicht bezahlten Zugang und so weiter. Kann man alles damit machen. Das Ganze kannst du über Facebook machen, über LinkedIn, über WhatsApp-Gruppen, über Discord für online-affine Leute, über Telegram-Gruppen funktioniert auch schon. Und die Facebook-Gruppe ist eine wahrscheinlich der Strategien, die bei den meisten etabliert ist und wirklich gut funktioniert. Also die Frage ist eigentlich, was ist denn jetzt so der ganz große Mehrwert von School? Falls du ihn erkennst, schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich persönlich finde, das ist an sich momentan, das ist eine gute Idee, aber ist es jetzt der Game Changer? Nein. Es ersetzt nicht dein Marketing, es ersetzt kein Vertrieb und deswegen mein Resümee, es ist ein cooles Tool und wenn du Communities aufbauen willst und das vielleicht sogar international, perfekt, nimm's cool. Wenn du in Communities den großen Game Changer siehst und auch selber weißt, wie viel Aufwand bist du bereit, da rein zu investieren und hast du eine ganz konkrete Strategie, weißt du ganz genau, wie du das machen willst, dann mach das mit School. Wenn du im deutschsprachigen Raum ausschließlich arbeitest mit wenig online-affinen Menschen, dann solltest du warten, bis School auf Deutsch verfügbar ist, weil das ist ein echtes No-Go, ein echtes Problem und dann könntest du ehrlicherweise auch aktuell mit Facebook oder mit LinkedIn arbeiten. Dort kannst du das technisch genauso oder sehr ähnlich abbilden und es funktioniert für alle, die bei Facebook registriert sind und das ist wirklich kein Hindernis. Also da hast du einen sehr großen Teil der deutschen Bevölkerung schon drin. Mein Resümee, wer vorher erfolgreich im Marketing war, wer also vor School schon erfolgreich war, bekommt hier eine Top-Lösung und kann damit genauso gut weiterarbeiten. Er würde aber auch mit allen anderen Plattformen auch erfolgreich sein. Wer vorher nicht erfolgreich war, wird es auch nicht durch School. Denn School selbst ändert nicht das Spiel und ändert nicht die Regeln. Es ist ein neuer Spieler auf dem Spielfeld, der ein bisschen anders spielt als andere Spieler. Es ist das gleiche Spiel, es sind die gleichen Regeln. Aber ein kleiner Wermutstropfen, es ist auch nicht so teuer. Wenn du es also einfach für dich mal ausprobieren willst und du sagst, okay, ich werde jetzt da reingehen und da rein investieren und das so machen, dann kannst du das natürlich problemlos mal probieren. Für 99 Euro im Monat geht die Welt nicht unter. Hier ein Tipp von mir. Wenn du dir unsicher bist, ob du bei School bleiben willst, ist meine Empfehlung, nutze nicht das integrierte Bezahlsystem von School, sondern verbinde School mit einem anderen Bezahlsystem, wie zum Beispiel Digistore. Du kannst nämlich dann in Digistore sagen, was wird freigeschalten und das, was freigeschalten wird, kannst du später ändern. Das heißt, du hast dann wirklich keine Abhängigkeit von School. Du hast also deine Bezahlung über Digistore. Dort laufen deine Bestellungen ein, dort sind deine Abos und wenn du dann sagst, ich ändere das Community-System, vielleicht sogar später wieder zurück zu Facebook oder zu Mentor-Tools oder zu einem anderen Tool, dann ist das viel, viel einfacher und bedeutet nicht, dass du hier alle Kunden verlierst und neu generieren musst, sondern dann kannst du einfach das System im Hintergrund umziehen, weil hier dein Bezahlsystem woanders liegt. Ich hoffe, du konntest dir einiges mitnehmen. Was denkst du zu dem Thema School? Und wenn du wissen willst, was man sonst so im Marketingstand heute eigentlich macht und was sind so die modernsten Trends, wie funktioniert KI und was sind eigentlich die smartesten Strategien, um mehr Umsatz zu generieren, abonniere diesen Kanal. Automatisierung! Alles geht wie von allein. Marketing-Magie! Oh-oh-oh-oh-oh! Mit Automatisierung so fein! Bis zum nächsten Mal.